Hallo meine Lieben, heute machen wir ein kleines High Intensity Workout für die Beine und für den Po. Alles was ihr dafür braucht ist ein Stuhl und vielleicht eine Matte. Ich denke das hat jeder zu Hause, deshalb keine Ausreden. Mach also mit, schnapp dir in den Stuhl und dann können wir auch schon loslegen. Und zwar werden wir jede Übung 20 Sekunden ausüben, volle Power, Vollgas geben und dann machen wir 10 Sekunden Pause. Das heißt, das Workout dauert gerade mal 6 Minuten, daher es gibt keine Ausreden. Also schnapp dir einen Stuhl und mach einfach mit. Los geht's! Die erste Übung ist eine kleine Wippbewegung und der Stuhl, der dient uns als Hilfe, dass wir nicht zu tief gehen und wichtig ist, am Rücken gerade bleiben. Das ist eine kleine Wippbewegung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020